Geri, nach dem ersten Heimsieg gegen den Karlsruher SC, jetzt das Spiel gegen den FC Bayern München, hättet ihr euch einen anderen Gegner lieber gewünscht? Naja, wir können es uns ja nicht aussuchen und wir müssen gegen Gegengegner spielen. Und der Sieg jetzt gegen Karlsruhe, der hat uns natürlich unheimlich gut getan, auch für das Selbstvertrauen. Und wir fahren eigentlich sehr optimistisch nach München, wir haben dort nichts zu verlieren. Und da wollen wir mal sehen, was am Ende rauskommt. Für Bayern also das kompliziertere Spiel als für den FC NG Cottbus? Ja, ich denke, dass Bayern schon einen gewissen Druck hat, jetzt auch nachdem sie in Gladbach dann doch noch die drei Punkte verspielt haben und nur einen hatten. Von daher denke ich, kommt das uns vielleicht ganz zugute und mal sehen. Hast du dich das erste Spiel mit dem FC NG Cottbus in München? Für dich natürlich nicht das erste Spiel in München, du bist in München ein besonderes Spiel für dich. Ja, ich komme immer wieder gern nach München und das sind einfach meine Wurzeln und ich freue mich natürlich auf das Spiel. Ja, ich muss die Minute und ich freue mich auf den Tisch. Ja, ich kann ja ... Untertitelung des ZDF, 2020